einen schönen guten morgen liebe zuschauer hier ist der frank schuh von elliard waver live mit dem marktausblick am montag dem 16 januar um 10 uhr 15 wir beginnen mit dem dax index und schauen uns das bild mal an im dax index da haben wir laut 5 minuten chart nun eine welle 3 im kreis hier die nach oben führt wir haben auch im 15 minuten chart eine steigende welle 3 mehrere und im 30 minuten chart auch das gleiche bild mit mehreren wellen nach oben im stunden chart zeigt uns der dax index eine b oben die beendet wurde und nun würde es runter in die welle c gehen und im vier stunden chart sind wir schon wieder bei den steigenden kursen in der welle 3 und im 8 stunden chart auch das heißt wir haben nur eine ausnahme im stunden chart und im stunden chart kommt das in dem programm in der software dem algorithmus sehr sehr häufig vor dass der als einziger oder als einzige zeiteinheit hier einen unterschied macht der grund ist mir unbekannt allerdings ist es auffällig und und wir werden vielleicht noch irgendwann darauf stoßen warum das so ist also ansonsten laut algorithmus ist der dax immer noch in seinem aufwärts trend ungebrochen der nestek im 5 minuten chart macht hier hat hier eine welle 1 gemacht ist in einer welle 5 hier unten sehen sie die vier in klammern und dort ist die welle 1 der welle 5 und wir schließen nun bald die welle 2 hier unten ab dann sollte er noch mal laut fünf minuten chart algorithmus wieder steigen im 15 minuten chart haben wir hier unten ebenfalls eine welle 4 eine begrenzung danach soll er wieder steigen dass das jetzt eine 4 und keine 2 ist liegt an den unterschiedlichen wellengraden und ist nicht weiter schlimm im 30 minuten chart das gleiche kurzer rücklauf anschließend bleibt der trend steigend im stunden chart da haben wir wieder also da haben wir den gleichen trend aber wir sehen bereits eine begrenzung bei 11.620 plus minus 10 punkte und im vier stunden chart das gleiche bild da haben wir auch die welle 2 die dort die ganze begrenzt und das gleiche im acht stunden chart auch so weiter geht es mit dem smp 500 da haben wir hier im 5 minuten chart auch einen kurzen rücklauf in einer 2 und dann eine 3 nach oben im 15 minuten chart ebenfalls im 30 minuten chart auch unten die 2 oben die 3 im stunden chart da ist das bild genau wie im dax index wo es schon darauf hinwies anders da haben wir hier eine b wie im dax und im vier stunden chart geht es wieder hoch und im acht stunden chart auch mit einer begrenzung hier oben im bereich 4030 4040 circa das heißt auch hier haben wir noch die also im nasdaq und im smp noch den kurzfristig betrachtet den zu ende gehenden anstieg der aber noch ein paar punkte nach oben hat so wirkt das jetzt hier dann der dow jones da haben wir hier unten auch eine welle 4 und da gehen wir in die welle 5 1 2 3 4 5 da geht es also jetzt in einer impulswelle hoch im 15 minuten chart das gleiche da gehen wir auch hoch in die 3 diesmal im 30 minuten chart gehen wir hoch in die 3 im stunden chart da haben wir wieder was anderes da ist wieder mal die ausnahme hier durch die welle 2 beendet worden und dann geht es runter in die welle 1 der welle 3 und im vier stunden chart da haben wir wieder das steigende szenario und im acht stunden chart haben wir auch das steigende szenario so dann haben wir damit die indizes abgeschlossen also in allen indizes sehen wir noch hinweise auf weiter steigende kurse ähm wobei im nestek und smp deutlicher zu sehen ist als bei dax und dow jones dass die dort irgendwo sich dem ende zu neigen im dax ist das ganz und gar nicht zu sehen dort sehen wir nur im algorithmus einen anhaltenden aufwärtstrend und der dow jones im grunde genommen auch nicht viel anders dann gibt es nur hier den stunden chart der das hier anders darstellt alle anderen zeitebenen da sieht man überhaupt keinerlei begrenzung nach oben der hat gedreht da müssen wir jetzt sehen was sich durchsetzen wird die kanalmitglieder die wissen das aufgrund der wochenanalyse bereits dort habe ich alle märkte natürlich jetzt gestern am sonntag nochmal ausführlich beschrieben beziehungsweise nochmal dargestellt wo wir stehen wo wir hingehen was ich erwarte und der algorithmus hat eben seine eigene sicht geht es weiter nun mit dem euro us dollar da geht es hier runter erstmal in die welle 2 um dann wieder hoch zu steigen in der 3 im 5 minuten chart im 15 minuten chart da beenden wir unten eine b gleich um dann oben in die c zu laufen also das gleiche bild wir sehen auch das identische bild hier im 30 minuten chart kurz nach unten dann anschließend steigend ebenfalls im stunden chart und generell auch im 4 stunden chart und auch im 8 stunden chart also kurze verschnaufpause wenn sie dem nun folgen wollen weil es ist ja ein signal was hier aufgetreten ist oder was hier auftritt wir sehen das zum beispiel hier ziemlich gut im 5 minuten chart in einem großen maßstab also rein gesucht sozusagen unter mikroskop da haben wir hier jetzt gerade den aktuellen kurs man könnte jetzt tatsächlich hier das ding auch long handeln im 15 minuten chart sieht man es ein bisschen besser da ist er noch nicht ganz fertig hier ist ganz fertig im 30 minuten chart da sieht man das ganze natürlich noch etwas besser und da oben da oben hier ist hier ist eine welle 1 hier ist eine welle 2 und da ganz oben ist eine welle 3 so jetzt schiebe ich das mal zusammen so damit man das sehen oder erst mal mache ich auseinander setze hier mal in diesem bereich ich setze jetzt schon den einstieg und nicht hier unten denn die welle 2 kann hier beendet sein sie müssen jetzt für sich selber herausfinden wo sie ihren einstieg setzen das ist ihre aufgabe den stopp setze ich hier an dieser zwei unten und die drei hier oben ist mein zielbereich und dann wird eigentlich schon klar das cav verhältnis selbst wenn ich hier nicht weiter abwarten würde da haben wir hier was ein tritt ausmacht ist ja immer auf der einen seite wir brauchen eine formation die das setzen eines sinnvolles sinnvollen stopps erlaubt ermöglicht das haben wir hier in form dieser welle 2 denn hier hat diese welle 1 im kreis begonnen und wenn das hier eine welle 2 ist und wenn das eine welle 1 ist wenn wir das voraussetzen dass der algorithmus das richtig erkannt hat das ist natürlich der vertrauensvorschuss der bonus der bonus den man ihnen geben muss dann darf der kurs nicht mehr hier drunter fallen so und das sind formationen bei denen es immer möglich ist das anzutesten und einen knappen stopp zu setzen deswegen suche ich die raus dann setze ich den stopp hier man kann ihn auch drei vier fünf punkte darüber setzen das ist aber ihre aufgabe denn das hier ist ja keine andere beratung und dann kann man die welle 3 hier an dieser an dieser stelle dann handeln wenn man das möchte und dadurch hat man immer einen knappen stopp und das nächste kriterium ist immer dass ein möglichst ausgedehntes crv ein chancen risiko verhältnis und das ist hier in diesem bereich jetzt hier im euro us dollar bombastisch jetzt ist meine welle 3 verschwunden sehe ich gerade da ist sie wieder so wenn wir das ins verhältnis setzen hier ist sie das mal ein bisschen länger so dass zudem so und man darf das niemals falsch interpretieren das was ich hier mache das heißt nicht dass das jetzt wirklich zwingend so passieren muss ich sag das immer wieder denn ich merke dass es notwendig ist das immer wieder zu erwähnen weil es gibt viele leute die diese videos schauen die so eine art vollkasten sind man braucht sich nur ein video anzuschauen macht das nach und dann kann da nichts mehr passieren weil die hat ja gesagt das ist so und so ja und versucht dadurch der eigenen verantwortung zu entkommen sich um sein geld zu kümmern das ist nonsens und funktioniert nicht hier haben wir 0,3 prozent risiko und hier oben haben wir 3,1 prozent profit chance das sind 1 zu 10 deswegen mache ich das wegen des knappen stops weil es ein signal gibt ich habe mir immer mal so ich erkaufe mir dann dieses risiko oder diese chance dadurch dass ich hier dem algorithmus glauben schenken muss aber dafür erspare ich mir sehr viel arbeit jeden einzelnen markt x mal am tag wieder selber zu berechnen ich habe hier neun märkte für jeden von ihnen immer im zugriff und kann immer diese signale nehmen das heißt einmal hier neben gelegen oder sogar fünf mal hier neben gelegen macht immer noch nichts aus wenn ich einmal so ein filet stück mit handeln kann anschließend was natürlich voraussetzt dass man dann auch wenn der kurs dann tatsächlich in die gewünschte richtung läuft auch das rückgrat hat das auch zu handeln und nicht schon hier wieder auszusteigen und sagen oh ich habe 20 euro gewonnen bevor ich es verliere nehme ich das jetzt lieber mit dann geht die strategie nicht auf dafür ist das risiko zu groß ab einem chancen risiko verhältnis crv von 1 zu 3 beginnt es interessant zu werden 1 zu 10 ist schon der wahnsinn das wollte ich noch mal erwähnen an alle wie gesagt das heißt nicht dass das passiert ist das heißt nur dass wenn sie rausfliegen sie wenig verloren hätten haben und wenn es funktioniert sie viel gewonnen haben es muss immer wieder erwähnt werden weil ich weiß nicht was manchmal in den köpfen der leuten vor sich geht aber das muss halt eben offenbar sein so das war jetzt euro us dollar jetzt geht es weiter mit dem nature gas hier haben wir unten eine welle 3 machen jetzt hier oben eine welle 4 fertig und dann geht es runter in die welle 5 so dann im 15 minuten chart das gleiche bild kurzer anstieg und dann an rücklau wieder eine ein abstieg in der welle 3 im 30 minuten chart da haben wir das gleiche hier die welle 2 unten die welle 3 im stunden chart haben wir das gleiche bild im 4 stunden chart haben wir das gleiche bild und auch im 8 stunden chart haben wir das gleiche bild das heißt auch hier wenn sie dem folgen wollen dann ist das hier der springende punkt für sie der stopp sitzt in dem fall hier oben der einstieg liegt in diesem bereich hier ob sie den nach oben erwischen oder ob sie jetzt hier zum marktpreis oder besser reingehen das ist ihre arbeit die sie zu leisten haben das ist das risiko so jetzt müssen wir mal schauen wo lohnt es sich denn denn lohnt sich das überhaupt das heißt aus meiner sicht lohnt es sich nur dann wenn man hierüber hinaus handelt dieses risiko und das hier als chance ist uninteressant für mich das lohnt sich tatsächlich nur wenn sie den stopp an dieser zwei setzen und da ist das risiko ausgestoppt zu werden dann schon wieder bedeutend größer weil je klein granularer wir hier werden desto ungenauer und unsicherer ist die ganze sache also da muss man jetzt vorsichtig sein aber nichtsdestotrotz das sollte jeder einstieg sein einstieg also kann man machen kann man lassen aber wie gesagt sie müssen mit dem stopp dann hier spielen der kann hier auf dieser zwei liegen dort oder auf der dort oben oder sie müssen das als mittelfristig betrachten und hier nicht nur die drei handeln sondern warten bis das tief erreicht ist das ist aber auch gefährlich denn sie wissen nicht wie weit der tatsächlich noch geht das kann man ausrechnen das habe ich auch für meine kanalmitglieder gemacht aber man darf nicht vergessen dass netgas dass dass der rücklauf im natural gas schon mehr als das mindestmaß erreicht hat das was jetzt kommt ist ein extra das netgas muss überhaupt nicht mehr fallen das tut es offenbar noch ja und da ist auch noch etwas platz aber die muss ziele sind bereits erreicht worden also das hier mache ich weg das würde ich nicht unbedingt so also ich würde es jetzt nicht machen ich wollte nur wieder zeigen das sind ihre signale damit das immer wiederholt wird damit sie immer wieder sehen alles klar so finden wir die welle 3 und finden einen stopp aber da ist mir jetzt noch zu viel kaum dahinter denn wir sind ja unter übergeordnet in einem sehr 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 bullischen markt unterwegs deswegen haben wir gerade eine korrektur übergeordnet da muss man ein bisschen aufpassen lieber unten warten und dann den trend danach nach oben handeln erstens handeln wir den trend und zweitens ist auf steigende kurse zu handeln generell erfolgreicher als auf fallende kurse da die der grund der basis trend jedes marktes steigend ist von von meter abgesehen das war nur ein witz am rande so also dann geht es weiter mit us öl hier unten hier oben eine 2 hier gehen wir in die 1 der 3 2 der 3 dann kommt die 345 da geht es also runter im öl im 30 minuten chart da geht es auch runter in die drei im 30er geht es runter in die drei im stunden chart da haben wir wieder mal was anderes immer der stunden chart da geht es hoch in die drei im vier stunden chart geht es hoch in die drei im acht stunden chart geht es runter in die drei ein bisschen uneinheitlich aber mit einer tendenz in den meisten zeiteinheiten die eher fallend ist hier das gleiche spiel hier ist eine 2 hier ist die begrenzung hier geht es runter das heißt wenn man jetzt hier sagt okay alles klar hier in diesem bereich da finde ich meinen einstieg und ich setze mein stop da oben und dann muss ich natürlich noch schauen wo ist denn hier dann mein sagen wir mal so wenn das die 1 ist das die 2 dann müsste das man mindestens bis hier unten laufen aber ich sehe hier wirklich weit und breit diese drei jetzt gerade nicht ich würde auch mal sagen ich mache das hier aus dem 5 minuten chart mal weg weil der ist dafür nicht geeignet gehen wir lieber mal in den 30 minuten chart und hier sehen wir aber auch keine 3 die zeigt er mir nicht an kann man jetzt nicht sehen nur für sie zur kenntnis hier das gleiche prinzip ja hier wo die 2 zu ende geht kann man einen einstieg finden dort wo die 1 beginnt hier oben auf dem hoch kann man einen stopp finden und dann gibt es natürlich anschließend hier ein deutliches tief ja was man aber jetzt hier im algorithmus sich sehen kann ich lasse es jetzt mal einfach so stehen für sie damit sie selber mal machen können jetzt geht es weiter im gold und zwar im 5 minuten chart so hier 34 wir gehen in die 5 hoch im 15er gehen wir hoch in die 5 und in die 3 im 30 minuten chart gehen wir auch kurz runter und dann hoch im stunden chart gehen wir auch weiter nach oben im vier stunden chart gehen wir heute nach oben hier sehen wir das 19 61 jetzt schluss sein soll der hat das retracement angepasst weil wir das mindest ziel erreicht haben oder wir haben nicht das mindest ziel erreicht wir haben das optimal ziel bereits überschritten das heißt gold kann jetzt jederzeit umdrehen und die 3 nach unten machen je nachdem wenn das jeder 3 ist laut algorithmus ist es aber so ja und hier auch im acht stunden chart das gleiche das heißt hier kommt jetzt die wände und da sollte man sich jetzt darauf vorbereiten und wenn man jetzt eine welle 3 erwartet ich habe das jetzt zusammengezogen dann ist das hier oben das hoch und auch gleichzeitig die make our break linie und der stopp ich nenne das jetzt mal stopp und nicht make our break linie die 3 da unten und der einstieg in diesen bereich das ist wieder ein gesundes chancenrisiko verhältnis risiko und hier gewinnpotenzial da passt es wieder sehr gut ja so jetzt haben sie schon wieder kostenlos ein paar einstiegsszenarien bekommen mit hinweisen wie man das am besten angeht damit das auch funktionieren kann man muss es nur einmal richtig vorbereiten denn richtige trade setzen und den dann auch wirklich durchziehen und nicht mehr verändern am besten mit limit und mit stopp ordern arbeiten auf jeden fall hier im silber da gehen wir kurz runter in die 2 dann in die 3 nach oben im 5 minuten chart im 15er runter in die 3 im 30er geht es in die 2 runter und hoch in die 3 genau wie im 5 minuten chart im stunden chart das gleiche im 4 stunden chart da haben wir hier oben die 2 zu ende da geht es runter in die 3 im 8 stunden chart geht es auch runter in die 3 silber uneinheitlich also allein aufgrund des algorithmus könnte ich ihnen jetzt nicht sagen was das wirklich soll und entweder selber analysieren am besten natürlich meine analysen anschauen dann wissen sie wo der markt ist aber laut algorithmus vermarke ich da jetzt keinen tipp zu geben das war's für heute morgen von der marktübersicht vielen dank fürs zuschauen bis später der frankschuh von elliot welberleit in die 3 in die 3 in die 3 in die 3 Vielen Dank.